Die Mühe geht wieder da. Lass uns zugeben. Lass uns zugeben. Wenn ich dann einfach da runter bin, ich bin 40 steil in die Kurve, du warst, bist aus der Kurve raus und ich bin grad rissig tief hinein in die Kurve. Und dann nehm ich da halt so oder operieren. Du hast aber manchmal dann so ab dem vor den Gehacken gewaltig Du hast gerade an, dann gehe ich hoch, und dann hast du so einen Leerlauf am Biren, da hängt ein Zeigkirchen. Und dann dropp ich mich da vorne. Also man muss eigentlich ein bisschen kompensieren, das ist ein langsamer stark, der bezahlt und entspannt ist. Ja, so wie bei den letzten Snap-Off-Videos. Oder die Karstofahnen. Das passiert auch beim 3-Meter-Segler, das ist immer gar nicht, wenn man den Eigengewünscht hat. Ja, man hat alles, ja. Ja, wenn du mit der Hände wusstest, können wir Schleppmaschinen, dann macht der Hund, dann geht der Hund und 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 dann geht der Hund. Das ist ja ganz krömer, das ist ja nichts. Wieder die erste Kuss macht und der Hund geht auch nicht um den Hund und dann geht der Hund. Das macht der Hund und dann geht der Hund. Ich mach' der gerade mal. Ich war gestern, ich war das erste Mal super hinbekommen, so ist ja auch klar. Bei der Karstofahnen, da war ich hier noch ein bisschen, wenn der jetzt die Kurve fliegt, die ersten Zeit, wo du damit und dann ins Meer und so. Dann reiß' ich alles, die Sprunge, ich hab' auch ein Querser rein, fängt die so an zu flussen. Was die Kinder in der Flachverflache anfassen, und ich hab' auch schon mal ein bisschen höher fliegen, weißt du? Ein bisschen höher fliegen, ich hab' alles dann mal abgedrückt, ja, oder wenn man dann Zeit durchschneidet, die müssen Zeit, ja, das ist ja gut. Und wenn die blauigen Gang ist, dann müssen die Deutschen stehen. famous hier ist die Moh costum macht die Büroisexp Hydroisexpädosexpädosexpädosexpädosexpädosexp eviden. Wie sch platz ist das母 ist das, noch was, nur vielleicht kurz, überall, dass nicht mehr auf dich verwirrt sind. Ja, beim Fischensektor ist es so ein ganzes Malmögen oder so, oder? Ja, genau. Wobei die ganzen Abwürfe von oben, der Plumpel, der ist genial. Ja, ja. So ein Mann Leichtflugzeug.